So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Das letzte Mal hatten wir wieder ein paar schöne Galaxien hier abgeschlossen. Mit anderen Worten, die zweite Welt. Und nun wird es Zeit, diese Welt hinter uns zu bringen. Okay, drei, drei... Wie wäre es, wenn wir heute mal vier Galaxien abschließen? Das wäre doch ein Kinderspiel. Okay, dann fangen wir erstmal mit dieser Galaxie an. Und ich habe gerade den Namen nicht gelesen, also weiß ich nicht gerade, was da draufsteht. Ei, ei, ei. Ähm, Wuchtwipfel-Galaxie. Okay, Zeit mit dem ersten Grünstern anzufangen. Und ich höre schon den ersten Grünstern. Ei, ei, ei. Aber wir schauen mal zuerst nach, ob... Ich habe ihn gesehen. Wir brauchen jetzt sofort Yoshi. Und dann genügend Pustekraft, nach oben zu fliegen. Ah, Yoshi ist doch eine Mütze, Idiot. So. Da, 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 da. Nein, nein. Fall jetzt nicht runter. Wir wollen doch mehr Früchte. Nein, nein. Verdammt. Okay. Äh, dann fliegen wir diesmal da lang. Jup, da geht's. Da, da, da. La, 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 la. Nä. Ich höre ihn schon. Da, warte. Da hinten ist er. Da, wo, grad, mein, also, grad, wo die, wo das rote, wo der rote Punkt zeigt, oder? Nein, ist doch weiter oben. Schade. Ich habe es wegen dem Leuchten so erkannt, deswegen. Da ist er, ja. Okay, Punkt. Dafür müssen wir hier rauf. Holen uns erstmal noch einen Maxi, äh, Max Life Pilz. So. Okay. Das war ja schon mal einfach. Aber der Weg da oben ging ja natürlich etwas lang. Und, jetzt gehen wir in die zweite Runde hier. Ja. Und den ersten haben wir natürlich schon gehabt. Jetzt müssen wir wieder Yoshi holen und nachher zum Sternenring fliegen. Und diesmal verzucht ich hier keine Zeit. Denn heute müsst uns zwölf weitere Grünsterne sicher sein. Nein, nein, nein. Ui. Wo ist bitte die nächste Woche da? Nein, ich habe schon die Hoffnung verloren. Immer fliege ich an dieser Stelle immer als erstes runter und nachher schaffe ich es nach oben. Da. Nein, 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 nein. Sternenring. Da bist du ja. Und raus hier. Nein, 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 nein. Egal. Hier sollte die nächste sein. Ich höre sie sogar schon. Könnte sie aber sein. Also hier ist sie nicht. Aha, Founded. Moment. Was würde passieren, wenn ich da jetzt runterfliege? Ist da unten schon ein Death End? Nein. Da muss ich jetzt nur noch von so aus. Nein. Nein. So. Immer muss ich Yoshi davor opfern. Wird mit der Zeit überhaupt nicht mehr schön hier. Das weiß ich auch. Und diesmal möchte uns die Rutschparty nerven. Und... Ei, hoff. Oh, hi, Luigi. Warum aktiviere ich den? Jetzt zeigt mir doch nur die Kometen, Münster. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Hello. Da, 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 da. Ja, und so fühlt sich das mal an, wenn man keinen Yoshi braucht, um hier zu fliegen. Oder hier, um überhaupt hier rauf zu kommen. So. Nein, Luigi ist der L1-L. Okay. Irgendwo auf der Rutsche sollte sie sein. Und Luigi startet natürlich schon vor uns. Immer dieser Geist, Luigi. So. Jetzt muss ich hier aber Ausschau halten. Denn ich kann mich hier nicht unbedingt auf mein Gehör verlassen. La, 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 na, 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 na. Flö, 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 lölölölö. Ich sehe noch nichts. Okay, das macht mir jetzt Angst. Boah. Ulülülülü. Das war ihr Ultra-Fisting. Okay. Nein! Er war peinlich. Okay. Versuch Nummer 2. Und wenn es nicht klappt, mache ich einen Schnitt und starte dann direkt wieder, wenn ich an der Stelle bin, wo ich eigentlich gestorben bin. Aber hoffentlich passiert uns das jetzt nicht noch einmal. Geist Luigi ist zwar jetzt nicht mehr hier, aber er hätte uns sowieso besiegt. Zick-zack. Haha. Nein! Da, ich kann ja auch mal die Zeit nehmen, falls ich mal genügend Konzentration besitze, mal die ganzen Sternenteile zu holen. So. Ich weiß, es ist zwar unnötig, aber egal. So, ich glaube, Papier, ja. Grünsterne. Grünsterne. Nein! Komm! Ne, ne, ne. Das ist Betrug, aber richtig. Und da sind wir wieder. Und jetzt können wir wieder starten. Und nein! Oh, ne, 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 so. Jetzt werden die hier alle mit. Haha. Ihr gönnt mich mal. Okay, jetzt muss sie aber irgendwo sein. Wartet. Okay, ich sehe sie immer noch nicht. Da ist sie! Ich war nur ein paar Zentimeter davon entfernt. Das ist unfair. Und da sind wir wieder. Und wenn es jetzt nicht klappt, hole ich mir das Offscreen. Ich bin doch vorbeigesprungen. Egal. Ich meine, habe ich es endlich hingekriegt. So, und jetzt in der Pflaumenwandler-Galaxie, und ich habe schon vorhin einen Grünsteren gehört, starten wir jetzt nun weiter und suchen da die nächsten drei Grünsterne. Aber wo könnte die erste sein? Ich habe schon mal von ihr aus... Außer das Spiel sagt nein. Äh? Ich höre schon eine. Ne, ne, ne. Sag mir jetzt ernsthaft nicht. Warte. Pfff. Ich hätte mir irgendwie denken können, dass es auf dem Dino ist. Ei. So. So. Das ging zwar schnell, aber immerhin besser als eine lange Suche hier. So. Und jetzt sollten wir mal bei der zweiten Suche etwas schneller vorankommen. Auf geht's, motherfuckers. Yay. Und ich hatte nicht meine Ahnung, wo der zweite sein kann. Da muss ich mich echt wieder auf mein Ohr verlassen. Jetzt höre ich keinen mehr. Okay. So weit, so gut. Ja, ich weiß, dass man das machen muss. Da erzählt mir das Spiel echt mal was Neues. Nicht. Okay. So. Ja, klar. Ich erinnere mich doch an diese Stelle. La, 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 la. Okay. Es gab solche weit getarnten Stellen, aber das glaube, ich glaube, das kannten wir ja schon bei ein paar anderen Galaxien. Und ich glaube, es werden bestimmt noch viel Schlimmere kommen. Gut, dann auf ein neues und diesmal beeilen wir uns. Ach ja, könnte Mario doch nur schneller rennen. Er würde mir dadurch eigentlich wirklich vieles erleichtern. Da, la, 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 la. Nö, 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 nö. Geilala. Ich quatsche hier nur noch Scheiße vor mich hin. Tschüss. Okay, ich hole mir die Münze noch. So. Also nur diese Reihe. Und diese Sternteile hier. Weil ich diese Positionierung immer noch geil finde. So. Jetzt sollte er aber langsam irgendwo der Nächste sein. Ich hab's gesehen. Ich hab's jetzt erst aufgesehen. Was ist da? Hä? Okay, dann hab ich's wahrscheinlich doch nicht gesehen. Puh. Aber ich hör das Geräusch ganz leise. Bäh. Ich will nur was überprüfen. Kickt mich nicht weg. Ich wollte nur was überprüfen hier. Oh Gott. Böser Wind. Okay, erstmal zertrete ich dich, damit du mich nicht störst. So, wo war sie jetzt? Dieses doch... Ich hab dieses Geräusch doch irgendwo gehört. Oh je. Hoffentlich verarscht mich dieses Spiel nicht. Jetzt geh ich mal weiter vorne. Und wenn ich da nichts finde, dann weine ich. Ich hör sie immer noch nicht. Macht mir langsam echt Sorgen. Vielleicht ist sie auch irgendwo in der Nähe. Vielleicht ist sie irgendwo am Ende oder so. Was weiß ich. Nein, 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 verpiss dich. La. La, 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 la. Oui? Oui? Warum guck ich da eigentlich? Okay. Jetzt weiß ich, wofür ich da nachguck. Drei One-Ups. Jump. Jump. Na. La, 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 la. Ultrapeinlichkeit. Und dann sind wir wieder. Okay. Jump. 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 Ja, ich ging nicht hören los, aber ist egal. So, immer noch keine Spur. Jetzt höre ich sie gut. Kann ich nicht irgendwie nochmal nachgucken. Kann ich sagen, dass es von der Seite ist oder so. Was weiß ich. Wir gehen das riesig kurz ein und gehen nach oben. Ich höre noch den normalen Stern, aber wo? Ach. Also, bis jetzt sehe ich sie noch nicht irgendwo leuchtend. Nur die Commitments ist diese leuchtende Kacke. Ah. Ja, da ist klar. Hä? Hä? So. Einfach mal auf dem Dach springen. Okay, aber eigentlich habe ich gedacht, dass mich die, dass mich diese Windmühlung nicht kaputt schlägt. So, und... Es ist immer lustig, immer die ersten Grünstände schon auf diesem Kameramodus zu sehen. Blah. Deutsch, Joro, Deutsch. Gut. Aber wir hatten trotzdem auch schon vielleicht schon eins irgendwo am Anfang. Nein, keine Spur. Ich höre auch nichts. Gut. Dann können wir mal voranschreiten. In der Gruselgeländer-Galaxie. Ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt, aber... Ich hab's... Ich höre sie schon. Oder? Ja, irgendwo da ist sie. Warte. Wo zum Fick ist sie? Äh! Ey, das ist ja natürlich unfair. Und ich sterbe. Das ist ein Klassiker. Aber da mache ich jetzt mal keinen Schnitt. Ich meine, das ist ja am Anfang. Aber ich betrug. Kann ich schon mal sagen. Jump. 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 Hey. So. Hupsala. Komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, noch ein Versuch. Ha. Oh, ihr... Was schändet? Ihr steht mir im Weg. Ihr seid fett. Und wenn ihr mir wehtut, gibt's Krieg. So. Okay, wenn ich den jetzt nicht hinkriege, ey, dann... Dann... Dann ist das Spiel echt hässlich. Äh, ich hab jetzt eigentlich gedacht, ich drück versehentlich die, äh, Stampfattacke. Aber scheinbar hab ich das nicht so getan. Ich bin stolz. So, und jetzt können wir mal endlich weitergehen und nicht andauernd bei dieser Stelle abkratzen, ja? Ich glaube, ich glaube, ich hab schon ein Grünsteil von ganz, ganz weit weg ausgesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, wenn wir uns das jetzt mal genauer ansehen. Ah, da ist sie ja! Aha! Das war der größte und dümmste Sprung, der mir sogar viel Glück gebracht hat. Ich bin wieder glücklich, weil es so random war. So, und jetzt wird es scheinbar mit einem Missionswechsel gestartet hier Und ich weiß schon, was mich erwartet Wenn ich jetzt weiter vorgehe, kommt jetzt so ein riesiger Fettbuch Und zwar Und zwar Und zwar Und zwar Und jetzt Da Warum muss ich immer an den dümmsten Stellen laufen? Warum? Tschüss Und was aus denen wird, weiß ich selber nicht Okay, für den dritten Grünstler wird es wahrscheinlich ein langer Weg sein Ey, ich wollte mich schon verkloppen für diese Dummheit Warum gehe ich solche Risiken ein? Ey Der war unfair Aber übelst Auf einen zweiten Versuch Und diesmal nicht, so Mach's nach Ich kann mich nicht erinnern, dass es so unfair war Gleich kommt wieder Fettbuch Oder? Ich warte jetzt noch Schade, ich dachte, es bewegt sich weiter Okay, hier muss es irgendwo sein, glaube ich Bestimmt wieder einen getarnten Bohnen unten Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe, du Fettsack Das war schon wieder Au Nö, heute nicht Betrug Ich fall jetzt nicht nochmal da runter Jetzt nicht mehr Nein Ich sagte nicht wieder Ich hab mich wieder beruhigt Oh je Nein Heute nicht Ich will nichts essen Nein Danke der Nachfrage So Okay, die Stelle ist irgendwie am engsten Und dein Jetzt muss ich nur einen Weitsprung machen Nochmal So Kein Zwischenspeicher Ich glaube, ich werde Da ist sie Ey Geh jemand anders näher Geh jemand anders näher Dankeschön Muss ich mich echt für jeden Kack hier aufregen Nein, 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 nein So Nein Okay, warte Ich muss erst mal mein Ohr kratzen So Sie ist da vorn und War ja irgendwie klar, oder? Nö Hört auf Ich werde mir das jetzt holen Ob es euch nun passt oder nicht Oh Jetzt dachte ich, es wäre schwieriger Aber okay, deal Die Galaxie hätten wir es nur noch abgeschlossen So Jetzt zu der Frostflockengalaxie und Ich höre schon eine Und ich glaube, ich weiß, wo sie ist Aber egal Das ist wahrscheinlich der dritte Jetzt kümmern wir uns erst mal um die davorherigen Und wenn ich mir dieses Level an sie erinnere, ich mich wieder Was ich damals verkackt habe So Stirb du Statue Verbrenne zu Asche Jetzt suche ich nach Grünstern Und meine Ohren sagen immer noch nichts Okay Ich sehe immer noch keinen Hier vielleicht Oh Da finde ich natürlich wieder Random Röhre So muss das sein Lala 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 Nein 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 So Okay Jetzt soll ich aufhören Dummheiten zu machen Sondern suche jetzt endlich mal nach den Grünstern Stimmt da hinten Stimmt da hinten Und warum kommst du nicht mehr auf Mario Ah ja von sowas muss ich aufhören Stimmt da hinten Nennen 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 nein 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 ihr kriegt mich niemals dort jedoch drauf so immer noch ausschalten ob ich kann diesen sprung nicht mehr da ist sie irgendwie hätte ich es mir doch denken können aber da gut dass ich darauf reagiert habe so jetzt 100 2 willkommen in der galaxy was willst du hier drin sagen ja hast du sagen ich gemütlich da drin soll ich dir ein bisschen feuer im kamin geben ich meine ich brenne gerade darauf zu arbeiten aber auch nicht lustig so diesmal beschleunigen wir alles zu verschwenden keine zeit hier so so gut und jetzt leiden wir blöd wie ein blöder rum allgrüne sterne der ist grau ist ok jetzt frage mich eigentlich was ich damals verkackt habe für die leute die sich an diese stelle erinnern ich weiß es aber selber nicht mehr okay da war es so ich sehe den grünen stern schon aber ist noch eine versteckt schade ok war hätte ich die flagge ist nicht berührt ey diese schnee dieser schneeball hier könnte mir eigentlich alles erleichtern aber leider gibt es kein schneeball da hinten da muss ich mir wohl wieder in den arsch verbrennen müssen aber nicht von denen so da ok ok das war jetzt wirklich knapp ich habe ich habe mich schon tot gesehen missionswechsel und damit jetzt auch mal für den letzten also nicht für den letzten für den letzten grünen stern diese für diesen part hier lohnt sich das jetzt erstmal wieder ein stein zu werden auch wenn ich jetzt selber mein satzbau nicht verstanden habe so da la 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 bis jetzt noch kein anzeichen von grünsternis bist du getarnt nein wir wissen was da ist wir suchen mal weiter bis du getan oh jetzt erinnere ich mich über was ich suchen musste hi hi du bist eine münze unbedeutend oder mehrere münzen ihr habt eine mini bedeutung und da ist ja noch nichts getan schade ich dachte ich ich dachte ich könnte die realität der stunde einfach eiskalt darauf rollen rollen ja so so okay aber jetzt sollten wir aber echt mal langsam den grünsteins finden wenn wir diesen stein ring jetzt passiert haben ach ja jetzt ich erinnere mich wieder was das ja ich höre sie schon aber die frage ist es wo ist sie weil im schnee kann sich sie kann sie sich natürlich sehr gut fahren finde ich ich wollte schon sagen wer ist jetzt da sagt mir jetzt nicht die ist da unten nein bitte 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 lass sie nicht und das gibt es doch nicht geronimo oh was ich dachte jetzt erst noch ich sterbe okay fail aber wir haben jetzt immerhin den dritten grünste in dieser galaxie und damit auch mal den letzten für diesen part hier okay dann fliegen wir wieder zurück Mario schmeißt den stern zwar nicht von selber nach oben aber der fliegt nach oben und wir stempel das mal als 168 der power stern okay und dann war es das ja auch schon mal mit dem part hier und ich hoffe euch hat es gefallen falls ja könnt ihr das video gerne einen daumen nach oben geben es von favoriten legen und wenn ihr freundlich seid ein abo weiter lassen und ja schon mit den kommentaren wie die mission bis jetzt findet also dadurch durch dich die mission aber allgemein die grundstände wie sie versteckt sind und ja ich habe zwar nicht ich habe zwar keine bessere frage aber egal jetzt verkrieche ich mich im krieg modus und bis zum nächsten part